Für euch mache ich eine Ausnahme. Aber nehmt bloß nichts von dort mit, wenn ihr geht. In jenen Hallen sind zu viele böse Dinge geschehen. Ich meine, wenn es ein ganzer Flügel ist, wird wohl von der Haupthalle irgendwo der Eingang weggehen. Sollte man meinen, hier ist nichts. Das ist eine Regulierung. Oh, hier ist ein Gemach. Entschuldigung, bitte. Oh, wen ist der Fischkugel? Ich meine, ich habe die Wolfschwürtelhähle für euch gesichert. Und wenn der hier so einsam steht. Wir haben ein schönes, großes Becken gleich neben meinem Museum. Ich glaube, der ist besser aufgehoben. Scheint jemand zu widersprechen. Ich nehme ihn jetzt einfach mit. Ja, ich gehe gerade etwas in den Pelagiusflügel. Wollen wir tauschen? Okay, hier wird nicht aufgeräumt. Oh, besondere Jahrgänge. Oh, und was ist das? Ein lila Schmetterling im... Nein, ich nehme nichts aus dem Flügel mehr. Wer würde denn sowas tun? Ach, was soll man da machen? Man kann das doch nicht... Man kann das doch nicht einfach ungenommen lassen. Hier, ich meine, das ganze Silbergeschirr, das ist viel wert und würde mir wahrscheinlich viel helfen. Aber das lasse ich gerne stehen. Aber bei besonderen Jahrgängen und Museumsgegenständen, wie kann ich denn da wieder stehen? Ich hätte nichts mitnehmen sollen. Ach, nein, wirklich nicht. Das ist an mir vorbeigegangen. Außerdem habe ich noch so viel zu tun. So viele unerwünschte Personen, mit denen ich klarkommen muss. Nein, Sager, Idioten, Kritiker. Mein Scharfrichter, drei Tage lang nicht geschlafen. Tö, tö. Ihr geht viel zu hart mit euch ins Gericht, mein lieber krankhaft wahnsinniger Pelagius. Was würden die Leute nur ohne euch tun? Tanzen? Singen? Lächeln? Alt werden? Ihr seid der beste Septim, der jemals geherrscht hat. Außer vielleicht diesem Martin-Burschen. Aber der hat sich ja in einen Drachengott verwandelt. Und das ist nicht gerade nett. Wisst ihr, ich habe die ganze elende Angelegenheit miterlebt. Einfach fabelhaft. Schmetterlinge, Blut, ein Fuchs, ein abgetrennter Kopf und... Oh, ho, ho, ho. Und der Käse zum Sterbengut. Ja, ja, wie ihr schon unzählige Male gesagt habt. Ha, Rumpf. Nun denn, wenn ihr unbedingt so sein wollt, vielleicht gehe ich dann besser. Schönen Tag noch, Sir. Ich sagte, schönen Tag noch. Ja, ja, geht. Überlasst mich meinen endlosen Pflichten und Aufgaben. Und wo sind wir denn jetzt schon wieder hineingeraten? Hallo? Wie unhöflich ist sich zu fein, einen alten Freund ein oder zwei Jahrzehnte lang unterzubringen. Ja, ich will nicht unhöflich sein und diese schöne Bankette unterbrechen. Aber ihr habt es auch schon selber unterbrochen. Und, ähm, traue ich mich zu fragen, wo wir hier sind? In der Psyche von Pelagius, Dummchen. Aha. Ah, ist es euer erstes Mal? Könnte man so sagen. Ähm, dann war das der tote Kaiser Pelagius. Ihr Sterblichen und eure selbstmörderische Neugier. Aber wenn ihr es unbedingt wissen müsst, es war Pelagius, der Wahnsinnige, Kaiser von Tamriel, vor 400 Jahren? Nein? Ihr wisst doch sicherlich von Pelagius erlass. Auf dem Sterbebett, und das war wirklich brillant, verbat er, den Tod, ganz recht, der Tod geächtet. Ähm, aber er war gerade hier. Heißt, es hat funktioniert, oder sind wir woanders? Ich bin eigentlich nur hier, um eine Nachricht zu übermitteln. Wirklich? Oh, oh, was für eine Botschaft ist es? Ein Lied? Eine Beschwörung? Äh, Moment, ich weiß es. Eine in den Rücken einer argonischen Konkubine eingeritzte Todesdrohung. Die mag ich am liebsten. Und? Heraus damit, Sterblicher! Ich habe keine Ewigkeit Zeit. Eigentlich, äh, habe ich sie doch. Kleiner Scherz. Aber im Ernst, wie lautet die Botschaft? Ich hatte eine Ewigkeit Zeit. Wir hatten es gerade mit Verrückten zu tun. Jede Menge Käse und all der Wahnsinn, den ich gerade mitbekommen habe. Ich... Ich habe es eigentlich schon vermutet gehabt, aber ich wollte... Erst Mara? Oh, die nicht unbedingt was dagegen hat, aber der Auftrag, den sie mir eventuell erteilt hat, scheint gefährlich und mysteriös zu sein, dann die ganze Drachengeschichte. Und das ist jetzt auch noch Shio Gorat. Ähm... Das war wahrscheinlich ein Fehler, aber ich soll euch aus eurem Urlaub zurückholen. Ach, wirklich? Von wem? Moment! Sag nichts! Ich will es erraten. War es Molag? Nein, nein! Äh, der kleine Tim, der Sohn des Spielzeugmachers. Der Geist von König Lysandus? Oder war es, äh... Ja, Stanley, die plappernde Pampelmose aus Passwall. Ich liege komplett daneben, nicht wahr? Was soll's? Ehrlich gesagt will ich es gar nicht wissen. Warum die Überraschung verderben? Aber zur Sache. Glaubt ihr mickriger, kleiner, entbehrlicher, sterblicher wirklich? Ihr könnt mich zum Gehen bewegen? Denn das ist nun wirklich verrückt. Euch ist doch klar, mit wem ihr es hier zu tun habt. Und wenn ich bitte sagt? Ihr seid auf jeden Fall... Ich glaub, ihr seid nicht nur ein Verrückter, ihr seid DER Verrückte. Ziemlich gut geraten. Aber leider nicht ganz richtig. Ich bin ein wahnsinniger Gott. Der wahnsinnige Gott, um genau zu sein, ist ein Familientitel. Ich reiche ihn alle tausend Jahre an mich selbst weiter. Nun zu euch. Ihr dürft mich Annemarie nennen. Aber nur, wenn ihr gerne bei lebendigem Leib gehäutet werdet und einen wütenden Unsterblichen mit euren Gedärmen Seil springen lasst. Falls nicht, nennt ihr mich Sheogorath, den Dädrischen Prinzen des Wahnsinns. Ja, ich würde auch vorschlagen, dass wir die Sache mit den Gedärmen überspringen. Ähm... Geht ihr jetzt? Darf ich gehen? Das ist doch die eigentliche Frage, nicht? Seien wir mal ehrlich. Wie viel Müßiggang braucht ein wahnsinniger Dädra denn wirklich? Also, ich werde folgendes tun. Ich gehe. Ganz richtig. Ich bin hier fertig. Das Nichtstun hat ein Ende. Der schnöde Alltag ruft mich. Unter einer Bedingung. Ihr müsst zuerst einen Weg nach draußen finden. Viel Glück dabei. Eine Bedingung von einem Dädra-Fürsten. Und so fängt es also an. Wo ist der Haken? Ha! Ich liebe es, wenn Sterbliche wissen, dass sie manipuliert werden. Das macht alles gleich viel interessanter. Möchtet ihr euch etwas umsehen? Ich darf wohl sagen, dass das hier nicht die botanischen Gärten von Einsamkeit sind. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wo ihr seid? Wo ihr wirklich seid? Willkommen in der trügerisch grünenden Psyche von Kaiser Pelagius III. Ganz recht. Ihr seid im Kopf eines toten, gemeingefährlich verrückten Monarchen. Ihr denkt jetzt sicher, kann ich mich immer noch auf meine Schwerter, Zauber, das Schleichen und ähnlichen Unsinn verlassen? Gewiss doch. Aber wie wäre es denn mit dem Wabajag? Na, na, das habt ihr nicht kommen sehen, oder? Ähm. Okay. Ich weiß, mein Selbstseitungstrieb sollte eigentlich Vorrang haben, aber ich muss fragen. Darf ich den mitnehmen? Wenn ich hier rauskomme? Ich hab da so ein Museum. Ich muss doch sehr bitten. Ich tanze gerade das Fischstäbchen. Ein äußerst schmackhafter Gemütszustand. Okay. Mein Weg hier rausfinden, ha? Ich sehe gerade drei. Nun, das ist eine traurige Geschichte. Pelagius hasste und fürchtete viele Dinge. Attentäter, wilde Hunde, die Untoten, Pumpernickel. Der tiefste, erbittertste Hass galt aber ihm selbst. Hier könnt ihr seine gegen sich selbst gerichteten Angriffe in Gänze sehen. Sie zielen immer auf den schwächsten Punkt seines zerbrechlichen Selbst. Der Selbsthass macht Pelagius nur noch wütender. Aber sein Selbstvertrauen wird mit jedem Treffer schwächer. Ihr müsst beides ins Gleichgewicht bringen. Mit dem Waberjag, ja? Ah. Los geht's! Hallo? Okay, das nützt nur bedingt viel. Kann ich dich vielleicht bei Go-Essern? Oh, dahinten sind sie auf einmal. Ei, 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 ei. Wunderbar. Pelagius kann sich nun endlich selbst akzeptieren und alle anderen hassen. Hi. Schöne Augenbrauen. Ich weiß nicht, ob ich das verstanden habe, aber vielleicht geht sie ja auch gar nicht darum, Sachen zu verstehen. Und vielleicht sollte ich versuchen, es nicht zu tun. Ansonsten entgleitet mir der Verstand eigentlich noch. Apropos. Rein hypothetische Frage. Wenn ich ein paar Pilze im Kopf eines lange, toten, verrückten Monarchen pflücke, darf ich die dann behalten? Das ist natürlich eine rein. Hypothetische Frage. Okay, das scheint eine Sackgasse gewesen zu sein, aber vielleicht müssen wir auch einfach nur durch alle drei Herausforderungen oder so gehen. Ich bin vielleicht ludzüchtig, aber ich bin auch nicht so ludzüchtig, dass ich direkt vor der Nase des Gotteswahnsinns anfange, sein Geschirr und seine Sachen zu stehen. Oh, eine gute Wahl. Gut für mich jedenfalls. Es amüsiert mich köstlich, dass alle hinter euch her sind. Euch wahrscheinlich weniger. Wisst ihr, Pelagius Mutter war, nun, sagen wir mal, einzigartig. Obwohl sie im Großen und Ganzen für eine Septim schon ziemlich normal war. Diese Frau schwang die Furcht wie ein Hackebeil. Oder schwang sie das Hackebeil und hat den Leuten damit Angst gemacht. Bring dich immer durcheinander. Oh, aber sie hat ihren Sohn viel gelehrt. Pelagius lernte schon früh, dass Gefahren überall lauern können. Jederzeit. Jeder geschnallt. Das Ziel ist denkbar einfach, ihr Einfallspinsel. Benutzt euren Wabberjagd, um den Feind zu besiegen, während der dasselbe tut. Okay. Passiert da überhaupt was? Oder bin ich einfach bloß zu blöd zum Ziel? Nee, da passiert gar... Oh. Da kamen die Ellen. Was passiert, wenn ich Pelagius da hinten... Gar nichts. Ich dachte schon, ihr kommt nie drauf. Ohne die Bedrohung litt Pelagius in eingebildeter Sicherheit. Also habt ihr ihm geholfen. Irgendwie. Wir sind der Heimat ein gutes Stück näher gekommen. Aha. Na gut, ich werde mich nicht darüber beschweren. Au. Ja, irgendwas an der Luft hier ist auch nicht ganz so bekömmlich. War da nicht grad noch... Ich meinte, ich hätte irgendwas Rotes dazwischen hervorlogen sehen, zwischen diesen Felsen. Ja, das ist kein gutes Zeichen. Es ist kein gutes Zeichen, wenn es tatsächlich da war. Und wenn es nicht da war und ich es mir nur eingebildet habe, ist es ein noch schlechteres Zeichen. Ihr wandelt nun auf dem Pfad der Träume. Zu eurem Pech leidet Pelagius schon seit jungen Jahren an Nachtangst. Ihr müsst nur etwas finden, mit dem ihr unseren armen Pelagius aufwecken könnt. Seine Ängste sind leicht abzuwehren. Aber hartnäckig. Das Aufwecken ist eigentlich kein Problem. Ich bezweifle, dass das so einfach wird. Ähm. Nein. Hey, was kannst du nochmal? Wow, 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 wow. Lass mal jetzt ziegeln, du. Hallo? Was zum Buch? Au! Aua. Das hat weh getan. Verdammter Hexlerade. Lass mal nach. Ähm, das ging daneben. Ach, jetzt kann ich was werden. Ich bin fast tot. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Na, wenn das mal keine gute Nachricht ist, Pelagius ist auf den Beinen. Also kann es weitergehen. Wir werden beide schon bald zu Hause sein. Wenn ich nicht beide tot bin. Und ich frage mich, ob ich zurückkehren würde, wenn ich in dieser Welt das Zeitliche segne. Ganz ehrlich, ich bin nicht der Pichter auf, es herauszufinden. Ich kann mir schönere Orte vorstellen, die Ewigkeit zu verbringen. Ähm. Was ist das? Ich sage immer, ich werde wohl nicht spüren, was euch gefallen muss. Oder so etwas in der Arm. Aha. Nun, wir haben Pelagius geheilt. Hm, das ist ein sehr subjektiver Begriff. Behandelt klingt doch viel passender, meint ihr nicht? So wie man es mit einem Ausschlag oder einem Pfeil im Kopf tut. Aber nun gut. Ihr seid zwar ein herzloser Sterblicher, habt es aber tatsächlich geschafft. Ihr habt überlebt. Ich werde meinen Teil der Abmachung einhalten müssen. Also, herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt gehen. Ich bin natürlich für meine Sinneswandel bekannt. Also geht. Jetzt. Ihr kehrt zu eurem Volk zurück. Pelagius Septim III, einstmals wahnsinniger Kaiser von Tamriel. Heute so langweilig vernünftig. Ich wusste immer, dass er es in sich hatte. Dann heißt es wohl zurück zu den zitternden Inseln. Der Ärger, den Haskel sich in meiner Abwesenheit einbrocken kann. Einfach unglaublich. Haben wir auch ganz sicher alles dabei? Blei, Kleidung, ja. Bart, ja. Gepäck, Gepäck. Wo habe ich nur wieder mein Gepäck gelassen? Wow. Master, ihr habt mich zurückgenommen. Bedeutet das, dass wir nach Hause gehen? Ach, wie schön. Ich kann es gar nicht erwarten, endlich. Ja, ja, genug gejubelt. Warum schicken wir euch nicht voraus, hm? Und nun zu euch, mein kleiner sterblicher Scherge. Den Wabberjack könnt ihr gern behalten. Als Zeichen meiner... Ach, jetzt nehmt das verfluchte Ding schon. Passt gut auf euch auf, ja? Und solltet ihr jemals ein Neu-Scheoth sein und mit besuchen, dann essen wir zusammen an der Erdbeertorte. Tschüsschen! Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, ich hab es einfach gewagt. Ich bin froh genug, dass ich da jetzt lebend rausgekommen bin. Ich glaube nicht, dass ich unbedingt Scherogorath folgen möchte. Ich glaube, wir sind... Ja, wir sind zurück und... Schrein auf Scherogorath. Ah, und ich hab jetzt den Siegen von... Interessant. Und wir haben jetzt den Siegen von Magnus. Oh, das ist... Hm. Käse. Ah! Oh, nein. Ich hätte den Käse nicht essen sollen. Ich habe doch gerade noch gehört, dass man Käse kein Disrespekt entgegenzahlen darf. Oh, so, undoing my finest work and ruining my vacation wasn't good enough for you, eh? You just couldn't stop at that, no. You had to try and starve me out. Oh, what would I tell my poor, hungry children if I had any? Haha, you know, I've been thinking of asking Heersin to whip up another one of those were-day-trolls. They're awfully cuddly. But anyway, you! What could have possibly possessed you to consume the most profane cheese of the Mad God's share? Oh, das ist ja. I was saving it for later. Do you feel proud of yourself? Do you feel... tingly? Well, well. I'm afraid I just can't let this slide. A transgression of this magnitude against a daedric prince can't simply be ignored. What would the other princes think if I just allowed puny, teeny, tiny little mortals to masticate my most prized artifacts? I'd get uninvited to all our parties. Although, technically speaking, I already am uninvited to all our parties. Haha, I'd just show up anyway. Hahaha! Now, prepare yourself, little mortals, for the retribution of an eternity! Tremble in fear, for you have invoked the creative mind of She'agorath, daedric prince of madness. Are you quaking in your roots? Hmm? Well, are you quaking? Oh, come on now! I'm taking time out of my very busy schedule to personally smite you! You know, I could have just gotten a fresh astronaut to come over and shove your spleen into your earlobe and dip a biscuit in the juices! I'm being considerate. The very least you could do is pill in your socks. So, sarcasm! Nein, wirklich nicht! Well, little martin, you may have eaten dragon souls before. What oh, ho, ho, ho! You've been out more than you could chew when you ate another man's cheese! And you know what I think? I think the punishment should be fit the crime! If you love cheese so much, why don't you marry it? Ha-ha! Each and every single specimen of cheese in Skyrim! What? You didn't think there was only two kinds of cheese in all of Skyrim, did you? Ha-ha-ha! Two kinds of cheese! Ha-ha-ha! Now, I know what you're thinking. Oh, silly old Uncle Sheo. I don't really need to collect every kind of cheese in Skyrim. I'll just go on my merry little way once you let me out of here. And you'll forget this conversation ever happened while picking my cheese out of your teeth! But I know your type. You want to complete every challenge, get every trophy you can lay your little mortal hands on, and spend every moment in this world doing everything it has to offer you! That's why... I'll tell you this. If you manage to collect one of every type of cheese and bring them back to me, I'll give you a deadly daedric artifact. Ha! Try sleeping at night next to that cold, empty space in your bed. A deadly daedric artifact would be if you'd only gotten it. Now, get your patty cakes out of here! And go find some cheese! Ha! Ha! Okay. Collect one of each type of cheese in all of Skyrim. Drei von 202. Oh, sind wir da... Oh, ich meine, es hätte, glaube ich, schlimmer enden können, aber... Dürfen wir die Käse danach behalten und ins Museum stellen? Er hat mich viel zu gut durchschaut. Cheese of Tamriel, First Edition. An exploration of the Jesus of Tamriel. Okay. Es ist nicht allzu lang, aber das ist nicht wirklich lesbar hier an manchen Stellen. The first thing you taste is the dust. Abandoned for a hundred years or more, the cheese has developed several fine coats of it, each a different, distinct vintage. Faint hints of wet goat and undertones of fitted swamp suggest the cheese came from a farm somewhere along the Hjalmarj-Halfinger-border. The outermost layers are hard and dry. You feel a tooth crack somewhere in the back of your mouth. Time has long since leeched the natural odor from the surface, but as you bite down, the core releases a sense of pungent your eyes' water. Gagging, you swallow it all. Okay. Ich hab mal gedacht, Kale sei noch die harmloseste Seite von Shiro Gorath, aber I stand corrected. Was hier ansonsten noch? Irgendwas? Thief of Virtue. Oh, ein Amulett war bei, ja. Ein Amulett, was macht das denn? Allow us you to cast the spell Wabajak. Genau, und was haben wir ansonsten noch hier? Wir haben den Wabajak an sich gefunden. Also nicht gefunden, er wurde uns übergeben. Transform the target into a random creature for 30 seconds. Nun, wir wissen jetzt aber auf jeden Fall, warum der Pelagios Flügel abgesperrt war und ich glaube, er sollte auch erstmal abgesperrt bleiben. schnell raus, ihr. Puh, ja jetzt, was tun wir jetzt? Wo könnte man Käse besorgen? Ich meine, die offensichtlichste Antwort ist die Taverne. Aber ich bezweifle, dass die Taverne 100 Käsesorten oder so auf Lager hat, also wird das Ganze wohl eine längere Angelegenheit werden. Aber manche davon wird es sicherlich zu kaufen geben in Tavernen und so und das heißt, es ist einfach ein Grund mehr, weshalb wir unsere Rilikunst aufbessern müssen. Schauen wir doch, ob unser alter Freund Giro noch ein paar Lektionen für uns hat. Wir sind doch bereit, hinzugezahlen. Dafür sollten wir hoffentlich noch genug haben. Ich meine, das ist eine ziemlich happige Investition, aber ich hoffe, sie lohnt sich in der Zukunft. Und hey, er schläft ausnahmsweise mal nicht. Was heißt, dass wir uns auf die Suche nach ihm begeben müssen? Irgendwie hat es mir besser gefallen, als er hier noch geschlafen hat. Oh, ich höre ihn. Wo ist er denn? Ich habe ihn doch gerade gehört. Ja, falsches Stockwerk, was was sonst? Hä? Wo? Ich glaube, meine Ohren sind noch mit Käse vollgestopft. Ich war mir so sicher, dass es von hier unten kommt. Ich erwarte morgen euren Vortrag zu hören. Ist das klar? Ich habe die klassische Erzählung von Eil, die der Bärin für Trommeln nachhauen. Wo sind die denn? Oben war der Lesungssaal war doch leer. Das verlasst nur meinem Urteil. Hier. besteht aus neun Teilen Wahrheit und einem Teil Fiktion. Die meisten von den Ohren sind auch nicht mal das, was sie mal waren. Hallo wieder, Ich würde gern Sprache trainieren. Nun, dann seid ihr am rechten Ort. Und, ich habe gehört, du wolltest noch was von mir? Rion's Trommel. Niemand wusste, wo er starb. Folglich wusste auch niemand, wo seine Trommel sein könnte. Haldir war das fehlende Glied. Rion muss sich insgeheim Zutritt zu Haldirs Grab verschafft haben und ist dort vermutlich gestorben. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der die Trommel für mich holt. Moment. Ihr. Ihr könntet das doch tun. Ähm, wer war Rion überhaupt und was hat es mit der Trommel auf sich? Ihr scherzt, oder? Rion? Der berühmteste Kampftrommler der zweiten Ära? Nun, zumindest in Wadenkreisen berühmt. Diese Trommel kam in einem halben Dutzend berühmter Schlachten zum Einsatz. Sie ist ein Artefakt von unschätzbarem Wert. Rion war ständig auf der Suche nach neuen Geschichten. Wie es scheint, schrieb er vor seinem Verschwinden eine Ballade über Haldir. Das war der fehlende Hinweis. Alles klar, ich schwert mich. Da noch umschauen. Take care, friend.